was ein sieg alter unglaublich wir sind über den kampf gekommen nicht über den skill alle jumbos was level 90 alter was ein alter 6 schüsse sechs schüsse und damit haben wir gleich zweimal getroffen wichtig und ein tor auch wieder nur reingewuselt direkt ins nächste jawohl auf geht's das gewinnen wir jetzt drei von drei alter ich möchte die drei von drei hier jetzt sehen jungs in der folgenden anwendung ist ein fehler aufgetreten noch dick wir müssen wieder zu zweit spielen klar sehr schlauer gewesen wir rausgegangen werden dann musst du noch eins spielen ja ne tschuldigung aber ich warte jetzt ich warte jetzt nicht noch ein game und dann noch eins mit euch zu zocken wenn ich dann im bett liege ist es ein uhr ich muss um sechs aufstehen ja 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 so wegen meiner schulzeit oder ja aber in der schule machst du ja nichts wichtiges ich habe morgen teamsitzung teamsitzung was ist da das wichtige ich muss drei stunden mit meinen kollegen besprechen welches welche kinder aktuell dafür probleme haben was wir da alles regeln müssen da muss ich mit den eltern von denen telefonieren schlag ins gesicht schlag ins gesicht ist klar kriegst eine anzeige wird gefeuert dann ist es gut ja toll dann habe ich habe ich die letzten acht monate völlig umsonst gemacht ja warum nicht auch so ich bin jetzt weg mir das na gut jawohl so sitzern die dinge da ist die hälfte der hälfte des tors liegt auf mir weil ich extra die frau die davor stand weggezogen hat wichtiger wichtig wichtig und die vorlage kommt von der zwölften es ist panzerdivision natürlich von blumenvase sack was macht ein jumbo alter interessante kopfballstrategie so jetzt müssen wir wir müssen wieder über den kampf kommen physisch präsent sein erst recht gegen die bei bruder wichtig rutschen geschickt auf wiedersehen da bin ich doch einfach nach hinten im ball war super ruhig wir haben jetzt die führung es kann wieder entspannen etwas ja dann macht hinten noch ein bisschen mit und außen der ball da sehe ich doch ein laufweg das ist immer schlecht oh mein gott ich hätte die fass ab joda sami ja wohl gut schermann weg den großen ja jumborino schreinereine alter alle zusammen lang raus komm ja ach komm ja wahrscheinlich ja wahrscheinlich oder der scheiß bot geht da so einfach durch eine kinderfahrt ist es ja die spiel mit bots ist so nervig schaust ja die potzen so krass kannst du nicht den ball abnehmen ja ich dachte kommst irgendwie über die linie von da das ist auch abseits alter ach ja wahrscheinlich ist es keins ja die blocken wieder alles ab oh so jetzt doch mal blumenvase na das gibt es wieder nicht extrem ließ laufe in possession ich dachte läuft dadurch das ist ja ich dachte läuft dadurch alle wir machen das so einen tollen lauf oder nicht trägt einfach ab ja aber du läufst ja trotzdem durch und dann wie sieht sich auch an komm ja schön kommt durch so ein schöner ball einfach mal schießen dass ich den ball wie weiß ich dass du den ball aus komm 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 ich möchte ich nur die eckbälle rausholen weil es unsere gefälligste waffe ist gegen die bots also der fliegende jumbo zum platziert sorry jetzt hat einfach direkt abnahme wir haben die so im griff alter die überleben nur durch ihre kack bots ja ist okay also dass sie dass sie nicht viel nur hinten liegen ist so ein witz ja wenn der reinge dann bin ich aber auch dicker wahrscheinlich oder das team ja was die tore haben einen witz kommen jetzt weiter geht's wir stoßen an einfach abspielen durch damit ich hab den rei ich hab den ring gesehen ich auch super abschluss warum nicht super tagling flanke ich hab den reich das ist die lücke aber ich war echt weil ich 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 es kommt zu weit lang ist ein was kurz es noch war sorry sami nochmal ja was soll ich ihn sonst machen da bei der aktion vor mir sind zwei gegenspieler warten bei von jimbo nein gerdlich hinter den a sorry aber sie sind es angetippt flanken rein oder so verdient die eichel hat von sack leck mich am arsch ist das verdient sind wir ich hätte fast noch daneben geschossen ja schau mal diese tiger haltung diese t-rex haltung jetzt genauso weiterspielen wie gerade genau zeige es gleich nach hinten einfach ja über stationen offene stellung zum offene stellung aber muss es so weit hinten stehen wenn er drinnen steht ist es ein tor dann haben wir dann haben wir und ab zum torhüter das wäre gar nicht erst zu dass irgendwas passiert lange flotte egal ist gut gekommen schön aber müssen in der vorwärts bewegung einfach nur decken schön jawoll jetzt explodiert da rein ist okay ist okay ist okay wichtig jawoll 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 gott sei dank und lang raus flunden hoher ball jimbo ja sorry ja der war ein bisschen ja ich war ja eigentlich durch max nicht immer hochspiel flach einfach spielen ja das ding ich wollte eigentlich auf jimbo rüber fliegen lassen aber irgendwie hat es nicht gemacht wenn ich dann auch einfach flach spielen dann ja da war auch nicht für dich gemeint jimbo jimbo nein warum machst du deinen haken aber egal unser ball egal wieder unserer einfach halten das ergebnis naja mehr will ich gar nicht schön aber noch frei ja ja ich sehe dich oh ja was kopfballtor eichelhard hä was alter wo ist denn der schwarze gelaufen der war verloren wo ist der tomaten er hat wasser gesehen und ist weggerannt alter erste kopfballtor von eichelhard von sack ich fasse es ja nicht 53 spielen ein kopfballtor wahnsinn wahnsinn macht er normalerweise nicht oh der first touch eines toten tiers aber die tackling sind einfach da heute lange flunte nach draußen hier hat jimbo schickt er durch jetzt hat doch wer darf ich ja 4 1 da sind wir stolziert da stolziert ja jawoll wichtig verdient noch wieder gutes spiel von eichelhard unfassbar gutes spiel zack in den winkel ja jetzt wollen sie es ausklingen lassen jetzt hat jomo heute noch eine rote ja reingefotzt da ist nur gelb ist nur gelb ja der beschwert sich doch nur oh ja ok doch nur gelb das ist der sieg ja da pfeiftet und das ist es sa Treat zack vendet das das pacangan das